Fragst du dich auch manchmal, warum man eigentlich noch zusätzliche Landingpages erstellen muss, weil man eigentlich schon eine gute und umfangreiche Unternehmenswebseite hat? Genau diese Frage wollen wir in diesem Video beantworten. Klären wir erst einmal die Frage, was ist eine Landingpage überhaupt? Landingpage könnte man in etwa mit Zielseite übersetzen. Auf dieser Seite landen deine User, wenn sie auf einen deiner Call-to-Action-Buttons geklickt haben. Wenn sie sich also beispielsweise für deinen Newsletter anmelden wollen, einer bezahlten Anzeige gefolgt sind oder auf einen Link in einem eurer Social-Media-Posts geklickt haben. Um zu verstehen, warum Landingpages so wichtig sind, versetz dich einmal in die folgende Lage. Du hast gerade einen sehr interessanten LinkedIn-Beitrag gelesen und möchtest gerne mehr zu dem Thema erfahren. Glücklicherweise siehst du, dass in dem Post auch eine Website verlinkt ist. Du klickst also jetzt auf diesen Link mit der Hoffnung, gleich noch mehr interessanten Inhalt zu dem Thema zu sehen. Doch was ist das? Du landest auf der Homepage des Unternehmens und findest hier auf der Seite gar nichts Genaues zu dem Thema, das dich gerade interessiert. Wäre es nicht schöner gewesen, wenn dieser weiterführende Link zu einer Seite geführt hätte, auf der noch mehr Informationen, Bilder und Erklärungen zu dem Thema sind, auf das du durch den LinkedIn-Beitrag aufmerksam geworden bist? Und genau deswegen erstellt man Landingpages. Landingpages kannst du also zu jedem erdenklichen Thema, das für dein Unternehmen momentan relevant ist, erstellen. Lass dir deiner Kreativität freien Lauf, um immer die passende Landingpage zu erstellen. Du kannst sie auch perfekt für die angesprochene Zielgruppe individualisieren oder gezielt einzelne Produkte anpreisen. Landingpages sind meist auch relativ simpel aufgebaut und haben einen klaren Fokus, um es dem Leser möglichst einfach zu machen. Durch die Fokussierung auf das Wesentliche und das eindeutige Einsetzen von Call-to-Actions ist es wahrscheinlicher, dass sich der User oder die Userin beispielsweise für euren Newsletter anmeldet oder ein White Paper herunterlädt. Zusätzlich kannst du die Landingpage dadurch auch wunderbar für Suchmaschinen optimieren und somit zu diesem Thema ein gutes Ranking erhalten. Allein durch den simplen Aufbau und den klaren Fokus hast du im Vergleich zu komplizierten Unternehmensseiten schon Vorteile für das Ranking. Du denkst jetzt vielleicht, das klingt ja alles schön und gut, aber lohnt sich der Aufwand überhaupt? Zum Glück ist das Erstellen von Landingpages super einfach. Klar muss man sich Gedanken über Formulierungen und Handlungserforderungen machen, aber schlussendlich muss man sich einfach nur den passenden Text zum jemandem Thema ausdenken. Du kannst Landingpages also sehr flexibel und spontan für deine Marketingaktivitäten einsetzen. Jetzt weißt du, warum Landingpages so wichtig sind. Wenn du noch weitere Informationen zu dem Thema haben möchtest, lade dir doch gerne unser White Paper herunter. Den Link findest du in der Beschreibung. Abonniere außerdem unsere Newsletter und besuche unsere Website, um keine neuen Marketing-News mehr zu verpassen. Auch die Links findest du unten in der Beschreibung. Wir sehen uns auf den nächsten Mal. Und vielleicht können Sie da unten in der Beschreibung. Und dann schauen Sie ja auch noch was. Untertitelung des ZDF, 2020